Auf geht es in Satz Nummer 4. Es droht der letzte Satz für ihn zu werden. Für Fan Zhendong 0 zu 3 liegt er hinten gegen den Veteranisten Ersten. Mahlong muss jetzt erstmal in kleinen Schritten denken, irgendwie überleben, irgendwie jetzt den vierten Satz gewinnen. Da wird, glaube ich, angezeigt, dass das ein Kantenball war. Ein Club. Aber hart darauf, dass es sein Punkt ist, Fan Zhendong, aber Mahlong scheint nicht dieser Meinung zu sein. Aber vielleicht nochmal in der Wiederholung. Klassischer Kantenball war es gar nicht. Jetzt ist er vom Netz wirklich.